Der Bugatti Chiron. 3 Millionen Euro teuer und 1500 PS stark. Doch wie entsteht der schnellste und luxuriöseste Serien-Supersportwagen der Welt? Grip-Testfahrer Matthias Malmedy wirft heute einen exklusiven Blick auf die Fertigung. Und zwar nicht nur von außen. Heute sind wir da, weil ich meinen eigenen Bugatti zusammenbauen werde. Und zwar in Molsheim in Elsass. Hier begann 1909 die Geschichte von Bugatti. Im sogenannten Atelier hat Matthias eine Verabredung mit Christophe Piochon. Der 41-Jährige leitet diese feine Automobilmanufaktur. Bonjour. Bonjour. Matthias, freut mich. Wir haben dich in Bugatti Automobil. Das ist hier, wo wir unsere Währungs gebaut haben und wo wir jetzt unsere Chirons aufbauen. Also natürlich haben wir ein paar Neuigkeiten reingebracht, aber heute bist du hier, um zu entdecken, wie wir die Autos zusammenschrauben und du wirst auch selber von anlegen. Yes. Auf gerade mal 1000 Quadratmetern montiert ein Team von nur 20 Experten den Chirons. Mit hektischer Fließbandarbeit hat die Entstehung des 420 kmh schnellen Supersportlers rein gar nichts zu tun. So, und das Erste, was dir auffällt, denke ich, ist, dass wir hier keine Fertigungslinie haben. Das ist keine Straße, ja. Es ist alles per Hand montiert in einer Boxenfertigung und jedes Fahrzeug verbringt im Atelier mindestens zwei Monate. Zwei Monate dauert es, bis ein Auto zusammengebaut ist. Genau. Insgesamt durchläuft der Chirons zwölf Fertigungsstationen. Doch bevor in Molsheim mit der Endmontage gestartet werden kann, vergehen zuerst drei Monate, bis alle Einzelteile gefertigt sind. Und von den 500 Stück, die gebaut werden, sind mehr als die Hälfte schon verkauft. Okay, Christoph, wir haben den Motor und das Getriebe und wir haben das Chassis auf der anderen Seite. Es ist quasi Hochzeit. Genau. Hochzeit für uns, das ist der Moment, wo man den vormontierten Hinternrahmen rundherum den Antriebsstrang an den Monocoque heranschiebt. Bei der Entwicklung des Monocoque kam es auf maximale Stabilität und Steifigkeit an. Es besteht wie die komplette Außenhaut aus leichtem Carbon. Ja, Leute. 628 Kilo. So, und ich mache jetzt Hochzeit. Das hier ist übrigens der Mann und den schieben wir jetzt an die Frau ran. Ihr sagt Stopp, Jungs, ne? Oh, jetzt sind wir drin. Ich flipp aus. Guck mal, wie perfekt das hier passt wieder. Das ist doch unglaublich. Zuerst die Mutter, Titanmutter. Titanmutter. Genau. Wiegt gefühlte 10 Gramm. Ja, ganz so geschätzt. Was das für ein Präzisionsdinger drauf ist, ne? Guck dir mal bitte das Gewinde an. Nur 14 solcher Titanmuttern halten das Monocoque mit der Fahrgastzelle und den Hinterwagen zusammen. Von den über 1800 Schraubverbindungen müssen rund 1000 gespeichert und dokumentiert werden. Leute, ich fasse es ehrlich gesagt nicht. Ich schraube gerade Motor und Getriebe von einem Bugatti Chiron an das Carbon-Chassis von einem Bugatti Chiron. Gut. 20 Newtonmeter, es hat geklackt. Ja, ganz genau. Okay, was müssen wir jetzt noch? So, und jetzt machen wir eine komplette Anziehung mit der Schraubmaschine. Ja. Matthias, kannst du? Ja, und jetzt? Jetzt hörst du ein Piep, Piep. Ich hör ein Piep, Piep. Genau. Okay, also ich muss selber die Kraft aufwenden, ja? Genau, da hast du ein Pfeil, die vorgeheben. Okay, 12 Prozent, 16, 18. Und wenn man das Piep macht, tauchst du auf. Stopp. Fest? Ein bisschen zu fest. Oh, und jetzt? Schau mal. Oh. Die leichte Titanmutter ist durch, es muss eine neue drauf. Bei einem Stückpreis von 20 Euro ein teures Vergnügen. Kein guter Start für Praktikant Malmedie. Ziehst du mir vom Lohn ab, ne? Nee. Habe ich heute umsonst gearbeitet. Das macht Christoph. Das macht der Christoph, okay. Diesmal geht Matthias deutlich vorsichtiger ans Werk. Ich meine, du musst da dieses 700-Kilo-Teil da hinten dran schrauben und dann aber so viel Gefühl haben. Ich hätte gedacht, dass man das richtig festknattern muss. Das ist ein Schirung. 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 Gut. 20. Und jetzt kommt der Feinmotoriker. Wie viele Newton brauchen wir hier? 70. 70 Newton. Jetzt drück ich. Gut. Wie viele Newtonmeter hatte ich jetzt? Genau 71, glaube ich. Kontrolle? 71. 71 Newtonmeter. Wie habe ich das gemacht? Vollruhen, Mama. Ich liebe dich. Sehr gut. Also eine Hochzeit selber zu vollziehen, das Chassis mit dem Motor und dem Getriebe zu verbinden und es auch noch zusammenzuschrauben und zu wissen, dass dieses Auto so auf die Straße geht. Das ist ein Gefühl, das kann man mit Geld nicht kaufen, glaube ich, weil das darf keiner, außer die 20 Leute, die hier arbeiten. Bis der Bugatti so auf die Straße rollt, ist noch viel zu tun. Im Mohlzahn gibt der noch nackte Chiron jetzt zum ersten Mal richtig laut. So, wir fahren eine kleine Proberunde. Ja, okay. Prüfstand? Ja. Was müssen wir machen? Erst einmal der Fahrzeugehalter. Aber wir müssen ihn noch festschrauben. Ja. Alles klar. Dieser Halter kommt hier. Der kommt da dran. Und dann haben wir hier eine... Oh, das ist aber schwer. Ja, ist schwer. Das Ding wird da dran geschraubt und befestigt. Und hier ist eine Achse montiert, die sich dreht. Und dadurch ist das Teil fest, aber eben doch lose. So. Danke, auch zu festschrauben. Okay, Drehmoment. Ja. Gut. Reicht einmal? Perfekt. Einmal. Okay. Der Rollenprüfstamm muss die 1500 PS des Chiron bändigen und ist daher der leistungsstärkste seiner Art weltweit. Let's go. Mach mal bitte ganz kurz Geräusch. Ich muss mal hören, wie der sich anhört. Das ist es, Freunde. So sieht es aus. Okay, dann starten wir mal. Hier werden Geschwindigkeiten bis 200 kmh und die Beschleunigung bei Volllast simuliert. Und so hört es sich an, wenn die vier Turbolader des 16-Zylinders zum Angriff blasen. Außerdem wird gecheckt, ob die 7-Gang-Doppelkupplung fehlerfrei arbeitet. Aber der hier hat keine Probleme, oder? Nein, kein Problem. Okay. Das Fahrzeug funktioniert. Alles klar. Danke dir, Anthony. Ja. Die Karosserie-Teile des Chiron bestehen komplett aus Carbon. 21 Farben für den Decklack und 8 Varianten für das Sichtcarbon stehen zur Auswahl. Im Prinzip ist aber jeder Farbton möglich. So, Leute, jetzt geht es um die Außenhaut. Auf diesem Fahrzeug hier sind alle Carbon-Teile, die für die Außenhaut zuständig sind, parkiert, sozusagen fertig für die Montage. Hier sehen wir die Motorhaube. Und das absolute Highlight ist die Montage des Bugatti-Zeichens. Das Macron muss noch vorne auf den Kühler grillen. Dabei hilft mir der Thomas, richtig? Ja. Das Bugatti-Emblem ist eines der wenigen Teile, das nicht aus Carbon besteht, sondern aus massivem 970er-Silber- und farbigem Emaille. Das wird in 5 Schichten aufgebracht und anschließend von Hand poliert. Also, das ist schon krass. Normalerweise ist bei so einer Autoproduktion für jedes Teil eine Zeit definiert, die der Monteur brauchen darf. Bis er damit fertig ist, bis das Ding da dran ist. Bei Bugatti ist das ein bisschen anders. Auch ein Grund, warum dieses Fahrzeug so teuer ist und so exklusiv. Es ist so nicht egal, aber es ist relativ egal, wie lange er dafür braucht. Die Hauptsache ist, es ist perfekt dran montiert. Bis die komplette Außenhaut des Chiron sitzt und alle Spalten und Fugen stimmen, vergehen schon mal 4 Tage. Thomas, schön langsam, ne? Wir haben Zeit. Wir können das auch nach der Mittagspause fertig machen. Wir haben keinen Stress. Nach dem typischen Hufeisen-Grill werden alle anderen Anbauteile an der Front ausgerichtet. Deshalb muss er perfekt sitzen. Okay. Thomas, vielen Dank. Gut. Au revoir. Und zwar mit dem Interieur. Hier stehen allein 31 Lederfarben und 8 verschiedene Alcantara-Färbungen zur Wahl. Bei der Montage nimmt Matthias buchstäblich das Steuer in die Hand. So, dann gebe ich dir mein Lenkrad. Bitte reichen Sie mir mein Lenkrad. Das wäre so schön, wenn das mein Lenkrad wäre. Ist es aber nicht. Okay, das muss wahrscheinlich gerade sein da, oder? Gerade drauf, ja. Und jetzt einfach draufstecken? Ja, langsam draufstecken. Langsam, natürlich langsam. Ist drauf? Ja. Perfekt, die ist schon auch gut eingestellt für mich. Einstecken, die Kabel. Den Stecker einstecken. Für den Innenraum gibt es rund 1,5 Millionen Kombinationsmöglichkeiten. Auch hier gilt die Devise, geht nicht, gibt's nicht. Auch deshalb ist der Bugatti Chiron 3 Millionen Euro teuer. Mit dem Airbag samt Emblem ist das Cockpit nahezu komplett. Und jetzt einmal feste drücken? Ja, genau. Ernsthaft? Einfach reindrücken? Ja. Und dann klickt das, oder? Wenn Sie am Platz sind, ja. Ja, ist richtig, ne? Ja. Blick. Okay, funktioniert. Perfekt. Danke. Also gut. Das ist so mega. Ich schlipf komplett aus hier. Nicht mehr nochmal. Und es wird noch krasser. Matthias darf mit zur Abnahmefahrt. Jedes Kundenfahrzeug wird vor der Auslieferung nochmal auf Herz und Nieren gecheckt. Und dann los geht's, oder? Ja, aber dieses Mal würde ich dich bitten, auf der Beifahrer zu sitzen, weil Kundenauto... Natürlich. Darf ich nur fahren. So, ach so, jetzt muss ich auch wirklich bei dem Leder extrem aufpassen, dass ich da nichts mit meinen Füren berühre. Da muss ich erst mal gut an. Es geht los. Wir fahren hier auf dem Bugatti-Gelände mit einem Chiron. Oh, ich meine, das ist Wahnsinn. Ja, das ist etwas, was natürlich auch für mich eine besondere Erlebnisse ist. Jedes Mal in Bugatti einzusteigen und Motor anzuschmeißen und natürlich am Lenkrad sitzen zu dürfen. Ja, das ist... Ich kann nicht verstehen, dass das schön ist, am Lenkrad zu sitzen. Zum Schutz der Karosserie ist der 3-Millionen-Euro-Bolide für die Testfahrt mit einer transparenten Kunststofffolie beklebt. Okay, das Lenkrad ist ruhig. Absolut ruhig. Richtig auch gerade. Eigentlich ist das ja kompletter Wahnsinn, dass man mit einem Auto, was so, genau so wie es jetzt ist, verkauft wird, nochmal das Wagnis macht, auf die Straße zu gehen. Weil das ist ja eigentlich total gefährlich. Wir kriegen einen Steinschlag, irgendeinen Kleintransporter biegt ab und so raus, dann sind wir rein. Aber es wäre auch schlimmer, wenn das Auto beim Kunden irgendeinen Fehler aufweisen würde. Ja, die wir nicht entdeckt hätten früher. Aber bis jetzt, toll, 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 wir hatten nur einen Unfall. Einen Unfall. Doch auch mit Allrad ist eine Testfahrt bei Regen eine heikle Angelegenheit. Also es ist das letzte Mal, dass das Auto fährt, bevor der Kunde das Auto übergeben bekommt. Danach wird er nochmal gewaschen, oder? Aber sicher. Und zwei Tage lang poliert und aufbereitet. Oh Gott. Um die 1500 PS auszufahren, geht's zum Flugplatz in Colmar. Hier wird jeder Chiron nochmal ans Limit gebracht. So, jetzt gibt's Flugplatz-Action. Genau. Mit dem Chiron. 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. So schnell kann ich gar nicht zählen. Ja, nee. So schnell kann man gar nicht zählen. Bei der Abnahmefahrt werden insgesamt rund 50 Kilometer über Landstraße, Autobahn und Flugplatz abgespult. Dabei wird der Supersportler nicht geschont. Selbst ein Launch-Control-Start auf nasser Fahrbahn gehört zum Testumfang. Dann den Grad richtig halten. Konzentration. Bei trockener Bahn wäre der Chiron nach nur 2,4 Sekunden auf Tempo 100. Also was sagst du? Gibt's irgendwelche Fehler? Nein. Irgendwelche Probleme? Ich muss sicherlich sagen, alles gut. Der Kunde wird seinen Spaß haben mit dem Auto. Das glaube ich auch. Zurück im Atelier gibt es die angekündigte Schönheitsbehandlung. Der Chiron wird komplett gereinigt und die Hülle auf Hochglanz gebracht. So, jetzt kommt die finale Polierung von diesem Fahrzeug hier. Und damit ich keine neuen Kratzer reinmache, müssen meine Knöpfe abgeklebt werden. Matthias weiß noch nicht, dass er das volle Wellness-Programm übernehmen soll. Soll ich das jetzt echt mit der Maschine oder was? Ja, polieren. Letzte Trockenübungen an der Poliermaschine? Dann kümmert sich Matthias tatsächlich um das sündhaft teure Sichtcarbon. Jetzt bloß keinen Fehler machen. So, jetzt ist alles einbalsamiert. Achtung. Und jetzt, ja, das mache ich. Warte, warte, warte. Und jetzt gucken. Boah, Alter, da ist nichts. Kein Kratzer, kein Bulli. Aber da ist wirklich gar nichts. Da siehst du keine Riefe. Da ist gar nichts. Am Ende ist er fertig. Der war jetzt schon draußen, der ist schon gefahren. Jetzt kommt er quasi zur absoluten Endabnahme. Dabei wird das Lackkleid des Supersportlers noch mal ganze sechs Stunden lang unter die Lupe genommen. So, wir machen jetzt die optische Kontrolle, oder? Genau. Ob alles in Ordnung ist? Genau. Im Lichttunnel wird die Oberfläche auf kleinste Kratzer oder Fertigungsfehler im Material überprüft. Diese Mängel werden, wie hier zu erkennen, entsprechend markiert und vor der Auslieferung behoben. Yannick Bucher ist für die optische Endkontrolle zuständig und hat den Chiron bereits genau gecheckt und alle Stellen markiert. Für Matthias hat er allerdings noch ein paar kleine Fehler übrig gelassen. Ob er sie findet? Hier habe ich was. Jetzt habe ich einen. Hier ist ein Kratzer. Da ist ein Kratzer und hier ist auch ein Kratzer. Da ist ein kleiner und da ist ein kleiner. Genau. War das die Stelle? Gut getan. Das waren die beiden Stellen, die da freigelassen worden sind. Hast du vorher erkannt und dann für mich wieder weggewischt? Genau. Okay. Und dann ist der nächste Bugatti Chiron bereit für die erste Ausfahrt in Kundenhand. Wieder einer von 500. Mein Highlight des Tages war der ganze Tag, ehrlich gesagt. Weil so nah kommst du in die Bugatti-Produktion nie wieder rein. Ich habe die Hochzeit quasi selber gemacht. Ich habe den Motor und das Getriebe an das Carbon-Chassis selber hingeschoben. Ich habe es selber da festgeschraubt. Ich habe den Lack kontrolliert. Ich habe den Lack poliert. Ich habe quasi meinen eigenen Bugatti gebaut. Lass uns doch mal beim Namen nennen. Und ja, die Frage ist jetzt, ob ich auch einen mitnehmen darf. Wie sieht es aus, Bugatti? Einer. Come on. Als Belohnung wartet draußen auf dem Flugfeld tatsächlich noch eine Überraschung auf Matthias. Das ist ein echter Chiron, ne? Das ist jetzt kein Spielzeugauto oder sowas. Das ist ein echter Chiron? Echter Chiron. Und ich darf an. Genau. Matthias darf den 8-Liter-großen 16-Zylinder mit seinen 1500 PS nochmal von der Kette lassen. Alter, ist das brutal, wie das Ding durchlädt. Wir haben jetzt schon 250 auf der Uhr. Und da sind die 300. Es ist so unglaublich und es ist so unglaublich, wie schnell das Gerät auf 300 ist. Und es ist noch unglaublicher, wie das von außen aussieht. So unglaublich wie das ganze Auto. Aber machen wir uns nichts vor. Der Chiron ist so obendrüber, dass er für die meisten von uns unerreichbar bleibt. Und trotzdem. Ich komme heute aus dem Grinsen nicht mehr raus. Ich schlaf heute genau so ein. Denn auch das schafft eben nur ein Bugatti.